2. 2. 2. 3. 3. 4. 5. 7. 8. 11. 10. 10. 11. 12. 15. 15. Es ist besser als auf der Drive-Shut. Ich weiß nicht, alles auf der Ebene war sehr komfortabel und unter Kontrollen. Ich habe hier auf der Seite gebracht. Ich habe genug geblieben, hatte ich ein guter Gefühl mit dem Fahrrad auf der Entrie, und dann auf der Exit, der Fahrrad einfach zu gehen. Ich bin sehr entschuldigt. Wenn ich mich wie hell empfiehlt und mit großen Chancen würde, würde ich verstehen. Aber jetzt war es ein wirklich dummer accident. Ich habe keine Ahnung, was würde passieren. Willst du morgen starten? Ja, es gibt keinen Dämpf, die Fahrrad. Es fällt einfach aus der Straße. Ich nehme die Bumper aus. So dass wir ihn nicht verbrechen, wenn wir es mit dem Tractor starten. Dann starten wir morgen. Okay, danke.